Das sind wir wieder bei Paper Malice. Jetzt haben wir diesen Gang hier umgeöffnet, aber wir haben uns hier noch gar nicht umgeschaut. Ein Kiesel. Okay. Ich tue jetzt aber für das Tarn-Gel raus. Weil ich nicht weiß, ob wir dieses Kiesel nicht vielleicht für ein Kochrezept später brauchen. Zumindest macht dieses verdächtig nicht sehr sinnvoll wirkende Item. Ähm, ja, wie gesagt, es wirkt verdächtig. Okay. Erinnert euch noch an die. Erinnert euch. Trouble über das Schloss. Und die sind mit ein wenig Kälte ausgestattet. Wie es scheint, oder? Ja, das ist ein weißer Klober. Also sie kommen mit kalten Gegenden vor. Man weiß auch, ob sie hergezogen sind. Die haben zwölf Kp, fünf Angriffskraft, aber keine Verteidigung. Mal vergreifen sie mehrmals hintereinander an. Boah, sie sind sehr stark. Es muss nicht leicht sein, so große Krollen zu schwingen. Also sagen, zeigen bei ihnen keine Wirkung. Setze Feuer ein, wenn du welches hast. Okay. Ähm, ja, dazu bräuchten wir, ähm, Dings. Koupé, aber wir haben ein bisschen Blütenpunkte-Problem. Ich könnte natürlich eine Feuerblume einsetzen, aber das geht auch so, so. Dann muss man... Oh, du... Okay, interessante Angriffe. Komponentechnik. Ähm, aber gut. Ich finde es übrigens... Ich finde diesen Ort richtig episch. Das wollte ich schon die ganze Zeit sagen. Einer der geilsten Leute, die es Paper Mario jemals gab. Also in allen Paper Marios. Also das finde ich richtig episch, wie hier. Ähm, wo man hier diese Eisrätsel machen muss. Ähm, muss. Aufgestuftwerden. Und jetzt habe ich die... Das größte Problem, nämlich, äh, Lucky Lester oder Paracary. Weil beide sind absolute Useless. Ähm... Thor und Odin würde dies gefallen. Ja, beide haben was mit dem Wind zu tun. Paracary, du kannst dich glücklich schätzen. Ich sehe dich als nützlicher als Lucky Lester. Was? Oh, das... 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 Das rückt mich zutiefst... Es ist... Aber verdammt, ich fühle mich trotzdem getüsst, irgendwie. Ja, es ist positiv. Lucky Lester weint jetzt. Der weint jetzt richtig. Ja, das tut er. Der redet. Ich glaube, er wird auch eine ganze Weile lang nicht mehr mit uns reden. Weil das ist schon ein harter Und. So. Ähm, genau. Jetzt werden wir gleich sehen, wozu dieser Kieselstein dient. Da habe ich euch ein bisschen gelingt, letztes Mal. Boah. Okay, ähm, da können wir da nämlich tauschen. Nein, chill. Ich werde das Eidep-Ding öffnen. Äh, da können wir... Das können wir jetzt nämlich tauschen. Oh, wobei, wisst ihr was? Wir essen jetzt mal einen Ahornsirup. Warum nicht? Und dann nehmen wir das hier raus. Jetzt seht ihr gleich, was passiert. Bam. Wir kommen nicht weiter. Dafür ist der Kiesel da. Den legen wir einfach rein. Und dann geht's hier weiter. Ich erinnere mich an die Rätsel aus Dungeon Siege. Und das finde ich sehr episch. Weil natürlich Dungeon Siege einer meiner Lieblingsspiele ist. Da stehe ich mir vorausgenommen. Und dafür tue ich die Feuerblume rein. Das sehen wir hier relativ wenig Nutz. Natürlich, es gibt hier Feuer, geht aber... Okay. Donut Zorn. Also kriegen alle fünf. Und die Frage ist, ähm... Ja gut, da tue ich dann doch die Schneepuppe da rein. Zum Beispiel gegen Eisgehen ja eh nicht so stark sein sollte. Musik ist auch nice. Sehr nice. Wie gesagt, einer meiner Lieblingsorte in diesem Spiel. So. Seht ihr das? Nicht einfach, da drauf zu kommen. Das gebe ich zu. Wenn man das nicht sieht, dann kommt man erstmal hier hoch und denkt sich... WTF. Achso. Achso, da fliegt man da runter. Ja gut, dann... Ist doch nicht so besonders, wie ich dachte. Schade. Ich dachte gerade, ich hätte was gefunden, was schwierig zu finden ist. Aber... Ein bisschen, aber wenn man einfach so runterfliegt, ist ja lame. Okay, egal. Geh rüber. Hört ihr die Musik? Ich halte mal kurz die Klappe, weil die ist echt richtig, richtig episch. Jetzt habe ich aber was gefunden, was schwierig zu finden ist. Und oh, es ist ein eingefrorener Stern. Aber nicht jetzt schon, die wir retten sollen, sondern... Eine uralte, mehr lieblich. Endlich, Mario. Mario, ich bin froh, dass du diesen Ort gefunden hast. Ich habe schon auf dich gewartet. Hm... Willst du es eigenartig, dass ich von dir weiß? Äh, irgendwie ist es etwas creepy, ja. Aber immerhin, ich bin nicht, meine, wie berühmt. Ich meine, ich bin der Dawn of this Game, shit. Also, ja. Mein Name ist Madame Merlar, ich bin dein Botschafter der Sterne. Merlon und Merle kennst du ja. Nun, ich bin ihre Vorfahre. Die Sterne haben mir in meinen Träumen von dir erzählt. Sie sagten, du würdest zum Schrein am Bipperberg eilen. Von hier aus bewahre ich den Weg zum Kristallpalast. Okay. Wir haben keine Zeit zu verlieren, also hör gut zu. Du weißt es vielleicht nicht, aber Bauses Horden sind in den Kristallpalast eingedrungen. Dem Ort, wo den Stern gehuldigt wird. Was ich dir jetzt zu sagen habe, ist sehr wichtig. Höre jedes Wort, das ich dir sage. Okay. Ich kann dir nicht die ganze Geschichte erzählen. Ich werde mich kurz fassen, es gibt auf die wichtigsten Punkte acht. Gut. Die Geschichte beginnt vor langer, langer Zeit. Warum habe ich gerade das Gefühl, dass gleich einer furchtbar langweilige Hintergrundmonolog folgt? Damals war ich noch eine junge Frau, hatte Körbchengröße C und hatte einen richtig heißen Hintern. Eines Tages geschah in den Bergen etwas Schreckliches. Ich rannte sofort hin und... Ja... Aber es war eigentlich... Und ja... Und dann... Oh, dieser Anblick, ich... Oh... Er war so stattlich auf seinem Ross und... Oh... Und es war so aufregend, als er mich zu sich nach Hause einlud. Und es war... Ich wollte keinen anderen mehr außer ihm. Und... Oh mein Gott, warte... Warte, hör zu, der Arme, warte... Oh mein Gott... Das ist ja... Doch bitte nicht solche Details. Ich dachte bisher immer, dass Männer und Frauen die die gleichen Gliedmaßnahmen haben. Und da schnell... Und da kam der Osterhase zu uns und wir verbrachten uns erstes Ostern gemeinsam im Heu. Und ja... Und ja... Und dann... Und ja... Und ja... Ähm... Und da musst du Baustes Leute aus dem Kristallpalast vertreiben. Aber... Hey, du! Hast du aber der Zähne überhaupt zugehört? Ja, was? Ja, natürlich! Jedes Wort! Alles, alles! Alles abgeschmeichert! Äh... Mit Hilfe dieses Steins kannst du den Weg zum Kristallpalast öffnen. Und nun... Beeile dich. Hm... Bist du sicher, dass du die Kurzfassung meiner Geschichte verstanden hast? Jaja... In alle ihre Facetten! Ich habe... Ich könnte... Ich könnte tausende Reputationsfassette darüber schreiben. Du musst wissen, die ganze epische Tragweite dieser fabulösen Story kannst du erst erfassen, wenn du die Vollversion hörst. Jesus Christus! Bitte nicht! Vielleicht werde ich sie dir eines Tages erzählen. Bis dahin, viel Glück! Ich kann dich beruhigen, Leute! Bitte davor endet dieses Spiel! Zum Glück schon! Und ja, es ist kein Endlosspiel. Nach dem Endloss kann man leider nicht abspeichern. Was ich schade finde, aber... Das jetzt mal nur am Rande. Wir kamen ja noch ein bisschen. So ist es ja nicht. So, ist ja eigentlich irgendwas. Ähm... Ja, auf jeden Fall. Diese Sachen hatten wir auch schon in der staubtrockenen Wüste. Ähm... Wo wir da diesen Stern... Also, wo wir die unterschiedlichen Puzzles einsetzen müssen. Und... Ein Weg erscheint. Ehrlich, weil es mal wieder an der Zeit ist, dass wir einen Speicherblock finden und einen Herzblock. Aber das ist crazy, wie sich diese... Wie sich diese Treppe öffnet. Scheiß auf Rolltreppen. Das ist episch. Also, wer sich das auf jeden Fall ausgedacht hat. Vor allem, wie das Eis so absolut perfekt. Ich meine, das ist ja Eis. Das ist ja nicht so mechanisch, sondern es ist Eis. Also, das muss... Derjenige, der das entworfen hat, der muss echt... Richtig gute Skills haben. Wow. Okay, scheiße. Scheiße. Ah! Lol. Ich hab's noch irgendwie geschafft. So, stopp. Und jetzt. Bäm! So, was man verdient ist, der... Oh mein Gott. Da würde ich gerne einen Coupé-Joker einsetzen. Der soll hier mit seinem Feuerpanzer ein wenig aufräumen. Da wäre ich schon für. Und da hier alles nur Eis, jener Sinn, macht das epische Acht-Charts. Weil ich hier mit dem Timing irgendwie besser bin, als mit Lady Boo. Warum weiß ich? Es ist im Prinzip das Gleiche, aber gut. Und warum ich gerade die erledige, obwohl ich mich vor Einführung schützen sollte, weiß ich tatsächlich auch nicht. Das war sehr dumm. Das war wirklich dumm. Es tut mir leid. Naja. Naja, das ist ein Fehler. Vielleicht schaffe ich jetzt auch mal die Sipirane erst abzuwehren. Achso. Brauche ich gar nicht ganz chillen. Cool. Ja, dann. In der Zeit habe ich mich gar nicht mehr bemüht. Weil es vielleicht eine gute Gelegenheit gewesen wäre. Aber, ja. Fast. Und, hey, wir kriegen... Und kriegen wir... Wir kriegen doch jetzt ein Level ab, oder? Nice. Nice, nice, nice. Dann werde ich meine KP aufreißen. Wobei ich natürlich auch Blütenpunkte-Probleme habe. Das würde ich jetzt nicht bestreiten. Aber... Ja, ich werde erst mal auf meine KP... Oh. Ne, wisst ihr was? Ich höre jetzt alles aber eine Blütenpunkte zuerst. Normalerweise habe ich immer mehr KP als Blütenpunkte. Aber ich merke, in diesem LP nehme ich nicht so viel Schaden. Das geht eigentlich. Aber wo ich echt Probleme habe, das sind die Blütenpunkte. Und, oh. Ein Megasprung. Magisch mit unglaublicher Kraft auf einen Gegner. Ja, nicht schlecht, dieser Orden. Wie viel braucht man denn, um ihn anzulegen? So, wenn... Ange-Fra... Drei. Ja, diese... Diese habe ich natürlich nicht. Ich meine, das ist ein Zettel von allem, was überhaupt geht. Das hätte ich nicht mit etwas wie einem Megasprung... Möchte ich sagen, verschwenden, weil das ist ja schon ein guter Orden, aber... Ja, doch. Wenn ich... Wenn ich nicht damit benutze... Oh Gott, ist hier unten was? Ich... Ich weiß es nicht. Ich... Ich... Yes! Da... Hahaha! Ja, da war was tatsächlich, aber dann, äh... Ja... Habe ich das so gleich wieder versaut? Aber ich hatte im Kopf tatsächlich, dass dort was war und... Ich habe recht behalten. Aber... Da war ich dann zu... Nervös, dass ich jetzt den ganzen Weg umsonst gehe. So, Sternsplitter. Wie viel haben wir denn aktuell eigentlich? 68, das ist eine gute Ausbildung. Jetzt machen wir noch sehr viele durch den Quizmo, aber ich glaube noch fast 50, also... Wir werden eine Menge Sternsplitter-Mänder haben, Leute. Wir möchten natürlich alle, daher ist es mehr oder weniger... Zwangsweise, dass wir so viele haben werden. So. Mal gucken. Yes! Herzbox! Wobei, ich habe gerade ein Level abbekommen. Okay! Ähm... Bist du zu spät? Egal. So. Oh. Und das Spiegelbild, guck mal, wir sind halb draußen. Das finde ich, sieht richtig episch aus. Und hier drin ist ein kleiner Tempel. Beziehungsweise ein Tempel im Tempel. Jetzt geht es richtig los mit diesem Level. Und ab jetzt wird es richtig nice und richtig schwer. Kann ich gleich dazu sagen. Denn jetzt beginnt das hier rätselhaft zu werden. Gut, drücken wir den mal noch nicht rein. Ich gucke mich erstmal hier um. Hört ihr die Musik? Ich finde die so nice. So nice, das gibt es gar nicht. Absolut, absolut hübsch. Oh, neue Gegner. Die will ich gleich mal mit einem Erstangriff angreifen. Oh, das scheint die nicht gefallen zu haben. Was? Drei Stück? Sehen wir jetzt die drei? Und die sollen dich da alle runterholen, oder was? Das ist ein bisschen blöd. Ja, das ist ein Swupula. Und Swupulas greifen von der Luft aus. Anklammern sie sich an dich und saugen dir deine KP ab. Also, dir macht KP. Zeugen ist auch keine Verteidigung. Drück den A-Knopf in rascher Abfolge, sonst saugen sie dir zu viele KP ab. Du kannst dich nicht hoch genug springen. Du kannst nicht hoch genug springen und sie zu attackieren, wenn sie noch an der Decke hängen. Eine Erdbeben-Tacke soll dir die entsprechende Wirkung zeigen. Deine fliegende Freunde wie Lippur oder Parkherry können sie ebenfalls angreifen. Wenn es dir von der Decke fallen, kannst du sie auch durch Sprünge angreifen. Ja, so will ich mir auch denken können. Aber, wie gesagt, Musik ist hier richtig ipsch. So, ähm. Soll ich da jetzt mal eine Landkreis-Seite meinsetzen? Warum nicht? Ich hab einige. Ich setze einfach mal einen Sternwind ein. Ich hab hier einige, damit dieser Zug nicht gar so verschwendet ist. Und, ja, dann kann ich das auch machen, um mich ja verkünsten zu müssen. Oh Gott! Oh Gott! Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Da kann ich jetzt nicht so einfach abwehren. Ja, so. Definitiv, dass man ein... Dass man nicht ein KP verliert, geht nicht. Kann ich schon mal sagen. Das hat... Das hat... Das... Hat doch nicht mal Domi geschafft, denn der Nacken für dich verprügelt. Also, ja. Okay. Gut, dann besiegen wir diesen Swoop-Pula und damit beendet ich diesen Part von Mario Party, meine lieben Freunde. Wenn er euch gefallen hat, würde ich mich riesig über einen Daumen hoch freuen, wenn ihr ihn mit diesen zur Unterstützung geben würdet. Vergiss, was ich gerade gesagt habe. Wir gehen scheinbar in die Overtime. Ähm, was so überhaupt nicht geplant war, aber gut. Und, äh, ja, das werde ich hier mit Bombette regeln. Mega Bombe. Damit die... Da oben sich nicht gar... Oh, ich glaube, bei jedem genau einer übrig. Super. Aber wenigstens sitzen sie jetzt alle unten. Kann man positiv festhalten. Wobei ich will, dass ich jetzt nicht alle treffen kann. Dass alle bestiegen können. Oh, nein! Oh, Gott. Das muss ich jetzt bei jedem machen. Bei jedem muss ich jetzt den A-Knopf verprügeln. Was für ultra-nervige Gegner. Oh, danach bin ich so tot. Das sage ich euch jetzt schon. Ja, verpiss dich. Als ich hier zählte, dann sollte einem niemals die Batterie ausgehen. Wenn wir uns zum Beispiel mit dem Wavewatch spielten, das so. Da hat man echt ein Problem. Ein richtig großes Problem. So. Der ist weg. Vielleicht nur noch gucken, was da hinten ist. Dann muss der natürlich angreifen und sagen, Hi, hier bin ich! Ja, schön. Ich weiß, dass du da bist. Danke. So, jetzt du. Oh, Mann. Ich bin das Konzerts-Paper Mario 2 wieder. Hätte ich die jetzt besiegen können, wären sie mich. Äh, Dings. Wenn sie mich absagen. Was heißt wieder? Es kam erst ein Paper Mario 2. Das Spiel kam davor raus. Also, blödsinnige Aussage im Grunde genommen. Egal. Tschüss. Tot. Well. Bis. Und wir erhalten vier Sternpunkte. Gut, dann jetzt aber wirklich. Bis zum nächsten Part von Paper Mario. Hier, wird doch nichts mehr sein. Nein. Okay, bis dann. Bis dann.